Ja, vielen Dank. Ich habe auch so ein kleines Monopoly-Ding mitgebracht. Ich verliere tatsächlich immer gegen den Sechsjährigen, weil er natürlich würfelt und bei jeder Straße schreit, kaufe ich. Und die Erwachsenen immer sich überlegen, okay, ich warte natürlich bis zur Schlossallee und so weiter. Und bis wir unsere teuren Straßen in Renditen umwandeln, hat er uns schon wieder Pleite gemacht. Was ist eigentlich los? Überall steht Mietwuche, Mietpreisbremse. Der Markt ist am Limit, es gibt einen Crash und so weiter. Was passiert hier eigentlich gerade am Markt? Und das ist das, was uns gleich ein bisschen beschäftigen wird. Meiner Meinung nach kann ich Ihnen jetzt schon verraten, Crash gibt es keinen. Sondern wir schauen mal ganz neutral auf den Markt, wie kann es ausgehen und meistens geht es sowieso gut aus. Mythos Immobilien. Der globale Markt für Immobilien ist der größte Investmentmarkt der Welt. Aber er ist auch unglaublich fragmentiert und unglaublich persönlich. Wir alle müssen wohnen, wir haben gar keine andere Wahl. Das heißt am Ende des Tages, wir beschäftigen uns jeden Tag damit und fast jeder hat eine Meinung dazu. Und das macht es unglaublich komplex und schwierig. Donnerreuschel ist ein sehr altes Institut und hat jedes Jahr sich zur Aufgabe gemacht, die Börsenkursen des Jahres zu veröffentlichen. Ich habe hier ein Exemplar aus dem Jahr 1955. Da sind dann so Werte drin wie Papierfabrik, Dillenweis, Parkbrauerei etc. Ich würde mal behaupten, dass 80 Prozent der Unternehmen, die hier aufgelistet sind, die existieren in dieser Form nicht mehr. Wenn wir rausschauen, der Grund und Boden, die Immobilien, die existieren immer noch. Und darum geht es natürlich ein Stück weit, um den Werterhalt des Ganzen. Wir können mit Immobilien wahnsinnig viel machen. Wir können in ihnen wohnen, wir können damit arbeiten, wir können unser Geld verdienen damit, wir können aber auch unser Vermögen damit machen. Wir sind verliebt in Steine. Das war schon früher so. Der erste Mensch Steinzeit hat sich eine Höhle gesucht, war aus Stein, hat ein Feuer gemacht und hat seiner Familie erzählt, was er am Tag über erlebt hat. Und genauso läuft es heute auch. Ich habe eine Studie mitgebracht, andere Leute können das viel besser ausdrücken als ich. Steigende Miet- und Kaufpreise am deutschen Wohnungsmarkt, aber auch in anderen Ländern, haben eine Debatte über die Lage am Immobilienmarkt entfacht. Angesichts dieser kräftigen Steigerungen, vor allem in den vergangenen zwei bis drei Jahren, sind zunehmend Begriffe wie Mietwucher oder Preisblase im öffentlichen Diskurs zu vernehmen. Das ist alles sehr richtig. Das Problem an der Geschichte ist, das ist aus dem Jahr 2013. Das heißt, wir haben schon mal wieder 70 Prozent Preissteigerung am Immobilienmarkt verpasst, wenn wir uns an diese Empfehlung gehalten haben. Das zeigt die ganze Komplexität des Themas. Einmal ist es mit viel Emotion verbunden. Das heißt, wir werden uns schwer tun, eine rationale Entscheidung zu treffen. Und auf der anderen Seite wollen wir natürlich Renditen haben mit den Investments, die wir tätigen. Das Problem ist, wir sind natürlich auf dem Preisniveau angekommen, das so die meisten nicht mehr ermöglicht, auskömmlich zu investieren. In München haben wir noch Platz für 72.500 Wohnungen. Ich sage jetzt mal wir, weil es meine Heimatstadt ist, obwohl ich ja in Hamburg lebe. Wir werden aber bis zu 375.000 Menschen bis zum Jahr 2040 in München begrüßen dürfen. Das heißt, der Wohnraum wird immer knapper. Wir werden uns was einfallen lassen müssen. Die Stadt München hat keine weiteren Flächen mehr. Es besteht nur noch die Möglichkeit, nach oben zu bauen. Und da hat die Stadt auch eindeutig gesagt, dass wir sie nicht tun. Wie kommen wir jetzt eigentlich zu den hohen Preisen? Zinsen, Money for Nothing, klar, ist ein wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite haben wir ein relativ magisches Dreieck, was uns Probleme bereitet. Auf der einen Seite sehen wir, dass die Preise für Wohnimmobilien exorbitant gestiegen sind. Nicht nur in den Top-7-Städten, aber grundsätzlich kann man sagen, dass Top-7-Städte in Deutschland wirken wie Magneten. Und München ist der Supermagnet. Um die Stadt München, werden wir gleich zeigen, passiert auch wahnsinnig viel. Das heißt, wir werden keine Chance haben, dem Ganzen zu entrinnen, sondern die Preise werden sich weiter nach oben entwickeln. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist auf der anderen Seite, wie wir hier sehen, die Baukosten und die Baugenehmigungen. Wir hatten vor 15, 20 Jahren einen ganz anderen Ausblick auf die Demografie. Da sind wir davon ausgegangen, dass wir weniger werden. Die renommierte Zeitung, die Zeit, hat prognostiziert, dass wir bis zum Jahr 2050 90 Millionen Einwohner in Deutschland sein werden. Das heißt auf der anderen Seite, das sind die Wohnungen, die uns heute fehlen. Wir sind jetzt erst wieder auf dem Niveau angelangt von 1998 ungefähr. Die Zinsen fallen weiter. Die Menschen müssen immer weniger dafür aufwenden, Wohnraum zu kaufen, haben natürlich aber auch den Vorteil, dass sie jetzt höhere Tilgungen machen können. Das heißt, sie zahlen das Geld nicht nur an die Bank, sondern sie zahlen es in die eigene Immobilie ein. Baukosten ist ein ganz, ganz großes Thema und ist am Ende das, was die Preise noch weiter treibt und weiter stützen wird. Warum steigen die Baukosten? Logischerweise Fachkräftemangel. Wir haben neue behördlichen Auflagen. Wir haben neue technische Ausstattungsmerkmale, die die Bauern schlichtweg teurer machen. Was kann man dagegen tun? Am Ende versuchen, seriell zu bauen, viel zu bauen auf engerem Raum, was natürlich bedeutet, dass es immer ähnlicher aussieht. Also diese sogenannte Investorenarchitektur ist etwas, was auf der einen Seite natürlich Einförmigkeit produziert, auf der anderen Seite natürlich Bauen ein bisschen, bis es wenigstens ein bisschen billiger macht. Jetzt ist das leider kaputt. Das neue München-Ost. Am liebsten hätte ich Ihnen einfach mal einen Film gezeigt. Eine dieser Münchner Serien, die in den 80er oder 90er Jahren spielen. Monaco-Franze oder der Millionenbauer oder Ähnliches, wo es am Ende immer um Immobilienthemen geht. Wo man am Ende auch ganz gut sehen kann, wie Viertel sich in München verändert haben. Ich habe das noch miterlebt, als in den 80ern, Anfang der 90er Jahre der Heidhausen auf einmal das neue Schwabing wurde und sich Viertel einfach immer weiterentwickelt haben. Münchner Osten, vielleicht eines der Gebiete, das am meisten davon profitiert hat, dass die Olympischen Spiele 1972 in München stattgefunden haben, weil die S-Bahn einfach dann in den Osten gekommen ist. Und Verkehrsinfrastruktur, ein immer wichtigeres Thema ist, wo soll ich investieren, wo kann ich investieren, wo kann ich wohnen, wie komme ich am besten in die Stadt. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus Hamburg. Hamburg ist ein komplett anderer Immobilienmarkt, vor allem deswegen, weil wir relativ viele Brachflächen noch auch innerhalb der Stadt haben. Also Hamburg hat eine Stadtentwicklungsstrategie, die nennt sich unter anderem mehr Stadt in der Stadt, weil es einfach noch Flächen gibt in der Stadt. Und das maritime Potenzial von Hamburg nutzen. Was heißt das in dem Fall? Wir haben hier einen Stadtteil, das ist Hammerbrook. Es ist unheimlich nah an der Innenstadt, unheimlich nah an der HafenCity. Das war bis zum Zweiten Weltkrieg der dicht besiedelste Arbeiterstadtteil Hamburgs. Wurde 1943 im Krieg komplett zerstört. Wurde danach als Gewerbe- und Industriestandort wieder aufgebaut. Man hat dort aber dann auch keinen Nahverkehr mehr geschaffen. Das heißt, es ist ein Stadtteil geworden, wo viel Gewerbe ist, ein bisschen Industrie. Ist aber auch ein Stadtteil, der jetzt wieder revitalisiert wird vor dem Hintergrund, dass man sehr, sehr nah an der Stadt ist. Also von Hammerbrook aus bis zum Hauptbahnhof sind es 800 Meter. Das ist etwas, was man in Hamburg natürlich nicht unendlich oft findet, aber immer wieder mal findet, weil der Hafen, um den die Stadt herum gebaut worden ist, immer weniger Flächen braucht, weil Flächen nach draußen gehen. Containerschiffe werden eben nicht mehr dann in der Stadt be- oder entladen, sondern an anderen Stellen. Und ich so die Möglichkeit habe, in der Stadt zu wachsen. Etwas, was es in München überhaupt nicht gibt. Also die Möglichkeit habe ich nicht. Und deswegen entwickelt sich Hamburg vollkommen anders als München. Hamburg hat dagegen den Nachteil, dass Hamburg eine andere Struktur von Arbeitgebern hat. In München habe ich acht DAX-Konzerne, die Arbeitgeber sind. Ich habe die Europa-Zentralen oder Deutschland-Zentralen von Google, Microsoft. Und den dritten habe ich jetzt vergessen, Entschuldigung. In Hamburg ist der größte Arbeitgeber die Asklepios-Klinik mit 6000 Mitarbeitern. Das heißt, ich habe weniger Wirtschaftswachstum. Ich habe eine natürliche Begrenzung im Wirtschaftswachstum. Worauf ich nachher noch eingehen werde, ist der Unterschied, was die Flughäfen angeht. In Hamburg haben wir einen Flughafen, der nicht besonders gut funktioniert. Er ist natürlich sehr zentral gelegen. In München habe ich einen Flughafen, der ist sehr weit außen, aber der funktioniert wunderbar. Der Münchner Flughafen ist im Prinzip eine Stadt, die 100.000 Einwohner jeden Tag einmal wechselt. Das heißt aber auch, dass ich dort wahnsinnig große Chancen habe, zu investieren und in der Infrastruktur zu wachsen. Also alle Städte außen oder Städte, also Erding, Freising, Landshut, sind sicherlich Investitionsstandorte, die in Zukunft nachgefragt werden. Die Karte, die habe ich mir geborgt von der Metropolenregion München, zeigt relativ eindeutig, was hier passiert. Es ist natürlich alles nur das Positive aufgelistet, das ist ganz klar. Aber so viel Schlechtes in München gibt es ja gar nicht. Jeder vierte Nobelpreisträger kommt aus der Metropolenregion München. Die Stadt wächst, die mit der Region wächst. Es gibt wesentlich mehr Geburten als Todesfälle. In der Prognose haben wir beim jetzigen Einwohnerstand von 4,5 Millionen in der Metropolenregion einen Zuzug von 525.000 Menschen zu erwarten. Das heißt natürlich, dass all die Städte, die um München herum sind, also Augsburg, Dachau, im Süden dann eben Tölz, Wolfridshausen, Rosenheim, Traunstein, Ebersberg, Mühldorf mit der neuen Eisenbahnlinie, Städte sind, die eine sehr, sehr große Wachstumsprognose haben können. Wir hatten vorher gerade die Diskussion, es ist natürlich für die Städte um München herum gar nicht so einfach, das zu akzeptieren, dass sie Schlafstädte werden, weil sie dann am Ende des Tages die Hälfte ihrer Bevölkerung jeden Tag nach München entlassen und am Abend kommen die wieder zurück. Aber sie müssen Schulen bauen, sie müssen Kindergärten bauen und am Ende des Tages haben sie relativ wenig davon. Das heißt, diese Städte oder Gemeinden haben natürlich nur die Möglichkeit, selbst Industrie anzusiedeln oder Dienstleistungen, um sich von einer Schlafstadt in etwas zu verwandeln, das ein eigenes urbanes Zentrum ist, sodass ich mir die Logistik, die ich brauche, in Hamburg ist das relativ weit fortgeschritten, solche Themen, die Logistik, die ich brauche, um eine Stadt vielleicht zu betreiben, nämlich Bahnhöfe, Flughäfen, der Hafen in Hamburg, die lege ich mir aus Hamburg und den Rest, die mache ich bei mir. Das sind Transformationsprozesse, die sind zum Teil noch nicht so richtig ausgeprägt hier. Bieten aber erstklassige Investitionschancen. Wenn wir jetzt mal die Karte, wenn wir dann nach links, so links oben schauen, dann haben wir dann Städte, die sind jetzt hier nicht mehr drauf, wie Ulm zum Beispiel, die auch schon wieder im Einzugsgebiet von Stuttgart sind. Also auch einer der Magneten in Süddeutschland, der rasant Mitarbeiter anzieht, rasant Menschen anzieht und am Ende des Tages auch einen großen Standortvorteil darstellen. Das ist die Süddeutsche Zeitung von heute. Da geht es darum, dass die Automobilindustrie einen wahnsinnig starken Transformationsprozess durchlebt. Und da ist eine der wichtigen Dinge, die dort erwähnt werden. Man braucht coole, junge Leute, aber nicht alle wollen nach Wolfsburg oder Zuffenhausen. Aber nach München werden sie wahrscheinlich schon alle wollen. Und das bietet wahrscheinlich für BMW einen nicht unerheblichen Standortvorteil. Wie überhaupt Lage etwas ist, was nicht zu unterschätzen ist, aber auch einem Transformationsprozess unterliegt. Ich habe an Weihnachten die Ritterburg von meinem Sohn Leopold aufgebaut. Also wenn er schon nicht in München aufwachsen darf, muss er wenigstens so heißen. Meine Tochter heißt Pia, das ist ein bisschen neutraler. Ritterburg war Anfang des Mittelalters das Beste, was sie haben konnten. Es war das Zentrum der umliegenden Gemeinden. Es war solide gebaut. Es hatte in der Regel einen starken Marktbetrieb. Und ich konnte mein Geschäftsbetrieb Raubrittertum super daraus organisieren. In der heutigen Zeit ist Ritterburg ungefähr das Schlimmste, was sie haben können. Das liegt irgendwo im Nirgendwo. Es ist zugig. Es gibt überhaupt keinen Geschäftsbetrieb, den man sinnvollerweise daraus betreiben kann. Ich hoffe, hier ist kein Burgbesitzer. Das heißt, natürlich sind das ewig lange Zyklen. Aber Dinge verändern sich eben auch. Und das ist etwas, worüber wir mal ganz kurz nachdenken sollten. Wie könnte zum Beispiel wohnen, jetzt noch mal die Nobelpreisträger, die Technik. Wie könnte Wohnen in der Zukunft ausschauen? Da jetzt meine Glaskugel von meinen Kindern kaputt gemacht wurde, kann ich mich dem ganzen Thema irgendwie auch nur annähern. Wir haben jetzt mal ein paar Megatrends oder Trends identifiziert, die mittel oder unmittelbar auf Wohnen in der Zukunft einzahlen können. Das ist natürlich das große Thema Urbanisierung. Also anders gesagt, die Macht der Stadt. 2005, 2006 hat die Menschheit einen entscheidenden Meilenstein überschritten, nämlich mehr Menschen in Städten als auf dem Land. Und das wird sich bis 2050 auf über 70 Prozent fortsetzen. Schon heute werden über 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes weltweit in den 600 größten Städten produziert. Das heißt, der Druck auf die Städte wird weiter zunehmen. Das nächste Thema, das wir haben, ist Affordable City. Also, Entschuldigung für die englischen Ausdrücke, bezahlbares Wohnen in der Stadt. Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich sicherstellen, dass auch Menschen, die jetzt nicht hochvermögend sind, in München eine vernünftige Wohnung bekommen? Das sind auch politische und soziale Aufgaben. Denen wird sich nicht nur die Politik stellen können, sondern es wird auch ein Modell geben müssen, mit dem man sich als privater Investor mit diesem Thema auseinandersetzt. Das spielt eine Rolle, das Thema Co-Living. Also der Supertrend, der hier perfekt in die Zeit oder in das Lebensgefühl der nächsten Generation passt. Ich miete mir am Ende ein abschließbares Schlafzimmer. Und wenn ich Glück habe, kriege ich ein Bad dazu. Und der Rest wird in Community-Flächen stattfinden. Also Essen, Freizeitgestaltung sind alles Dinge, die am Ende des Tages dann gemeinsam stattfinden. Ich muss die ganzen lästigen Dinge, die mit Wohnen verbunden sind, nicht mehr machen. Ich muss keine GEZ zahlen, muss meine Nebenkostenabrechnungen selber machen. Am Ende gebe ich den Schlüssel ab und gehe in die nächste Stadt oder einfach ins nächste Viertel und mache dort mein Co-Living. So kann man natürlich auch damit umgehen. Das ist natürlich eher ein Thema für Singles. Das heißt, bezahlbares Wohnen in der Stadt ist ein Riesenthema. Das Thema Ökologie ist das Nächste. Glaube ich an den Klimawandel? Das kann jeder für sich selber beantworten. Aber am Ende des Tages ist es ja doch so, wenn ich Energiekosten einsparen kann, kann ich ein Stück weit die teuren Einstandskurse, die ich heute erlebe, heilen. Im Betrieb meiner Wohnung oder im Betrieb meiner Vermögensanlage. Das Nächste, Haushalt in Zeitnot. Der Liebling meiner Frau. Wir haben einfach keine Zeit mehr für irgendwas. Was sind die schlimmsten Zeitkiller? Nebenkostenabrechnungen machen, Handwerker bestellen, an der Bushaltestelle Schlange stehen, einkaufen. Warum kauft immer jeder am Samstagvormittag ein? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. All diese Dinge kann ich jetzt in Community wohnen, in Services umwandeln, die mir zur Verfügung gestellt werden. Nämlich, dass dann eben meine Einkäufe, mein Essen und so weiter mir vor die Haustür gestellt wird. Dass irgendjemand per App mir das abnimmt, dass ich meine Nebenkosten abrechnen muss und so weiter. Das Thema Sicherheit zahlt natürlich auch auf das Thema Individualisierung und urbane Mobilität ein. Nein, Sicherheit ist etwas, was für uns unglaublich wichtig ist und was etwas ist, das auch Bauen verändern kann. Urbane Mobilität ist etwas, was ganz, ganz stark unsere Städte verändern wird. Momentan gehen wir von dem Trend aus E-Mobilität, autonomes Fahren. Autonomes Fahren kann dazu führen, dass wir weniger Parkplätze in der Stadt brauchen und dadurch Flächen freisetzen. Wenn man mal ehrlich ist, ist der Besitz eines Parkhauses in der Innenstadt derzeit ja der absolute Jackpot. Ich zahle 250, 300 Euro im Monat nur für Parken in der Stadt. Das ist teurer als die Leasingrate eines Mittelklasse-Wagens. Also Stehen ist teurer als Fahren. Der größte europäische Konzern Q-Parks, der europaweit Parkplätze betreibt, ich glaube, die haben 800.000, ist vielleicht sogar der Vorreiter, das wieder zurückzubauen, indem sie eben auch in Themen wie urbane Mobilität investieren. Die gesamten Parkplatzflächen in Europa für unsere Autos ist dreimal so groß wie der Großraum Paris. Das sind alles Flächen, die man eventuell in der Zukunft besser nutzen kann. Zum Thema Lage. Ich habe 2002 in Hamburg ein Haus gekauft. Da ich nicht aus Hamburg komme, meine Frau schon, hatte ich bei dem Thema noch weniger zu sagen als sonst. Das heißt, wir haben ein Haus einmal besichtigt, sind zum Hotel gegangen, haben es gekauft, sind abends eingezogen, wir sind ins Bett gegangen, um 6 Uhr in der Früh stehe ich im Bett und bin vollkommen entsetzt, weil ein Flugzeug über mein Haus fliegt. Ich habe gedacht, das Ding muss sofort wieder weg, aber wer wird das wohl kaufen? 2002 in einem Markt, wo keiner was kaufen wollte und wo keiner unbedingt jetzt in der Nähe des Flughafens wohnen wollte. Heute bin ich ziemlich froh, dass ich da wohne, weil ich leider oft am Flughafen bin und rumfliegen muss. Auf der anderen Seite, was einen so ein bisschen ärgert ist, der nächste Carsharing Point, wo ich Carsharing machen kann, ist halt noch 2 Kilometer weg. Das ist kein Grund, das Haus zu verkaufen, aber es ist ein kleiner Baustein, der in Zukunft Leute dazu bewegen wird, Häuser zu kaufen oder eben nicht zu kaufen. Was ist wichtig? Quartiersentwicklung ist etwas, was einer Stadt unheimlich helfen kann, urbane Zentren abseits der Innenstadt zu schaffen. Wenn ich die Möglichkeit habe, in einem urbanen Zentrum oder in einem urbanen Quartier zu wohnen, wo ich alle Möglichkeiten habe, den täglichen Bedarf zu decken, wo ich bezahlbaren Wohnraum finde, ein gutes Beispiel, bezahlbarer Wohnraum stimmt da leider nicht mehr, aber ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Münchner Osten, Waldtrudering, wo ich eine mehr oder weniger funktionierende Community habe und ich habe eine Straße, wo alle Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind. Das könnte das Problem, das wir heutzutage haben, nämlich mehr Generationen, In Zukunft wäre es schön, wenn wir das Wort Altenheim oder Ähnliches nicht mehr benutzen müssen, weil wir die Möglichkeit haben, Leute länger in Wohnungen zu behalten. Für mich persönlich ist Smart Living nicht, dass mein Kühlschrank jetzt irgendwann Essen bestellt, nur weil ich vergessen habe, einzukaufen, sondern Smart Living ist etwas, wo meine Umgebung, wo mein Wohnen sich mit mir verändert, wo ich flexible Flächen habe, wo ich flexible Designs habe, wo ich technische Möglichkeiten habe, um möglichst lange dort zu wohnen. Idealerweise ziehe ich als junger Mensch ein, dann kommen die Frau, die Kinder, alles kommt und geht und wenn ich älter bin, bleibe ich immer noch da. Kann passieren. Eine ganz wichtige Bedingung dafür ist natürlich, wir müssen die Infrastruktur anders ausbauen. Und das ist immer noch der wichtigste Punkt, auch wo werde ich investieren, ist Verkehrsinfrastruktur. Eine der größten Wirtschaftsprüferagenturen der Welt hat Paris als Top-Investment-Standort gewählt, weil es angefangen hat, die Verkehrsinfrastruktur dezentral zu organisieren und nach draußen zu verlagern. Das allein reicht schon, um einen nicht gerade billigen Standort wie Paris nochmal auf die Liste zu setzen. Das bringt uns auch nochmal dazu, was billig oder teuer ist und wie der weitere Ausblick sein könnte. Ich habe hier einen Zettel von einer Prognoseagentur, die deutschlandweit, also wir reden von ganz Deutschland, die zehn Regionen mit den besten Chancen im Bereich Wohlstand und soziale Lage gekürt hat. Ich würde das ganz gerne mal vorlesen, weil das sehr beeindruckend ist. Starnberg, München, Dachau, Ebersberg, Miesbach, Pfaffenhofen, Fürstenfeldbruck, Bad Tölz, jetzt wird es ein bisschen einfacher, Erlangen und Fürth. Das ist erstens für alles in Bayern und zweitens, acht davon sind in der Metropolregion München beheimatet. Mir schummelt vielleicht ein bisschen, aber es ist ein Umkreis von 100 Kilometern. Das passiert alles hier und das wird diesen Standort eben noch weiter belasten und wird nicht dafür sorgen, dass wir die Möglichkeit bekommen werden, extrem viel billiger unsere Wohnungen zu kaufen. Das ist tatsächlich das Schwabinger Tor, wo jetzt früher hier mal der Metro war. Ich glaube, es war sogar eine Tankstelle hier, zwei Holiday Inn-Häuser. Hat man das hier geschaffen, ein Viertel oder ein kleineres Quartier. Witzigerweise wirbt es damit, autofrei zu sein. So groß ist es eigentlich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Also wir machen viel Sharing-Projekte hier, Coworking, Cowliving, Shopping, Wohnen, Hotel, alles auf einer Fläche. Es hat natürlich auch das Thema Leopoldstraße hier ein bisschen verlängert. In meiner Jugend, das ist zwar schon ewig lang her, aber hat die Leopoldstraße mehr oder weniger an der Münchner Freiheit aufgehört. Und alles, was jetzt passiert ist, nämlich diese Hinentwicklung zum mittleren Ring und dann eben der Sprung über den mittleren Ring rüber. Ich glaube, das heißt jetzt Schwabing Nord oder so. Zahlt natürlich auf dieses Thema ein, dass sich diese Dinge verlängern lassen und am Ende des Tages sich dort mit Immobilienprojektentwicklung oder mit Immobilienbesitz noch ein bisschen besser Geld verdienen kann. Was haben wir hier versucht darzustellen? In einem Haus, in dem ein Betreiber ist, in dem Fall eine Kita, die mit ihrer Fläche was anfangen können, sind die natürlich auch immer bereit, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Das heißt für mich als Immobilienbesitzer kann das sehr interessant sein. Wir würden so ein, ich nenne das mal Produkt, ein hässliches Wort, gerne koppeln. Dann ist darüber halt ein Kinderarzt oder ein Yoga-Studio oder eben irgendwas mit Arzt, Lokopäde etc. Und darüber sind dann Wohnungen, idealerweise sind das Werkswohnungen für die Mitarbeiter, die in der Kita arbeiten. Weil das ist natürlich das große Problem, wie kriege ich die Leute in die Stadt? Und das Thema Werkswohnungen ist etwas, was vor 20 Jahren komplett abgewählt wurde von Unternehmen. Und heute am Ende des Tages wieder etwas ist, was ganz, ganz stark dazu führen kann, dass Menschen bereit sind, für Unternehmen zu arbeiten. Es gibt ja diesen World of Talents und da ist eben das Thema, wie kann ich Menschen helfen, ihr Leben zu gestalten, ein ganz, ganz Wichtiges. Ich habe hier nochmal ein kleines Beispiel. Das ist die berühmte goldene Uhr. Die hat mein Großvater 1962 bekommen, nachdem er 25 Jahre lang unter Tage gearbeitet hat. Das ist eine sehr, sehr schöne Wertschätzung, aber für ihn selber wichtiger war noch viel mehr, dass er 40 Jahre lang in einer Werkswohnung leben konnte, dort seine Familie unterbringen und seinen Mittelpunkt gestalten. Das ist etwas, was wir heute vollkommen vergessen haben und was ein Thema wird, von dem wir persönlich glauben, also ich persönlich, Entschuldigung, wir persönlich gibt es nicht. Ich persönlich glaube, dass es wiederkommen wird, weil es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, um Menschen an ein Unternehmen oder an eine Idee zu binden. Green Living, hatten wir vorher schon mal ganz kurz angerissen, ist das Thema Ökologie. Wie gehe ich damit um? Wir sehen jetzt die ersten Geschäftsmodelle, die sich ganz, ganz stark damit beschäftigen. Wie sehen Fassaden aus? Gibt es durchsichtige Solarpanels, die ich als Scheiben benutzen kann? Wir haben das erste Mal gesehen, dass jemand einen Fußboden verbaut hat, der Energie zurückgewinnt aus meinen Fußtritten. Das Thema autarke Quartiere ist ein Thema, das immer mehr kommen wird. Wann gibt es die erste Wasserstoffstadt, die sich über Wasserstoff die Energie gewinnt? Berlin ist da einer der Vorreiter. Jetzt kann man natürlich sagen, da wird er nie kommen, das kann gut sein. Aber das ist mit Sicherheit etwas, was uns helfen wird, umweltschonender mit der ganzen Thematik umzugehen. Wir haben uns da natürlich jetzt ein Thema gewidmet. Das sind die Holzbausteine von meinem Sohn und da baut er sich immer Türme. Holz ist ein wunderbarer Baustoff, den wir jetzt vergessen haben oder der in Vergessenheit geraten ist. Holz ist regenerativ, es wächst nach, es lässt sich modular verbauen. Es ist natürlich ein bisschen teurer in der Produktion, aber dadurch, dass ich schneller bauen kann und dass ich die Möglichkeit habe, viele Teile vorzufertigen, habe ich die Chance tatsächlich mit etwas anderem als mit reinen Steinen zu bauen. In München, ein ganz schönes Beispiel, ist ja gerade die weltweit größte Siedlung aus Holz entstanden. 573 Wohnungen, glaube ich, in der Prinz-Eugen-Kaserne. In Hamburg entsteht tatsächlich ein 19-stockwerkehoher Tower in der HafenCity, direkt am Wasser, der nur aus Holz besteht. Das sind 180 Wohnungen. Ich glaube, das ist als Investment relativ geeignet. Wie gehen wir jetzt mit dem Thema Stadtentwicklung in München um? Wir sehen natürlich schon, dass die Stadtregierung sehr, sehr viele Programme startet, die letzten Flächen ausnutzt. Am Ende lässt sie sich auf drei Sachen reduzieren. Wir haben die Umnutzung von Immobilien, wobei das auch sehr beschränkt ist, weil die Flächen, die jetzt von der Bundeswehr genutzt wurden oder anderen, halt auch schon wieder weg sind. Wir haben das Thema Nachverdichtung im Bestand. Das ist sicherlich München sehr geeignet, weil 40 Prozent der Immobilien, die wir in München haben, zwischen 1950 und 1980 gestaltet sind. Da ist flächenmäßig sicherlich noch ein bisschen was zu holen. Und wir haben das Thema Umland von München, wo wir neue Siedlungen sehen oder wo wir einfach auch sehen, dass die Bautätigkeit sich verstärkt. Kann man mit Immobilien Geld verdienen? Wir sagen ja, ganz klar. Es geht nur um was anderes. Es geht eher um Werterhalt statt Zinsersatz und es wird wesentlich komplexer, als es früher war. Also dass der Leo mit Monopoly alles gewinnt, ich glaube, das wird sich in der Realität nicht mehr so darstellen lassen, weil einfach die Einstiegspreise hoher sind. Die Stadt Amsterdam hat seit 1650 ungefähr über eine Straße Unterlagen bis heute. Daran kann man gut ablesen, wie sich Immobilienpreise entwickelt haben. Wenn man das jetzt inflationsbereinigt und währungsbereinigt sieht, wie hoch ist die Durchschnittsrendite ungefähr? Hatte ich gehofft, das sind 1,2 Prozent. Das heißt, es ging eigentlich immer schon um Werterhalt. Es ging immer weniger darum, tatsächlich Dividenden oder Zinsersatz aus meinen Immobilien rauszuholen. Wie kann ich investieren? Wir haben natürlich das ganze Thema jetzt Direktinvestment. Ich kann mir Wohnblöcke kaufen. Ich kann mir vielleicht eine Zwei-Zimmer-Wohnung kaufen. Direkte Investitionen. Wir haben das Thema Crowdfunding. Wir haben das Thema geschlossene Fonds. Mezzanine. Mezzanine ist ein Thema, das sich wunderbar dazu eignet, indirekt in Immobilien zu investieren. Über eine Inhaberschuldverschreibung oder ähnliches. Eben Eigenkapital ersetzende Mittel. Wir haben das breite Spektrum von Immobilienaktien. Es gibt Dutzende von Immobilienfirmen, die gelistet sind, die in verschiedene Strategien investieren. Logistik, Wohnen, Pflege etc. Wir haben das Thema Nachverdichten im eigenen Bestand. Das ist ein Thema, das in München wahrscheinlich nicht mehr so interessant ist. Aber in Hamburg ist es tatsächlich so, dass Grundstücke in der Regel relativ groß sind und Grundstücke auch die Möglichkeit haben, 30 Prozent der Grundfläche zu bebauen. Das ist fast nirgendwo ausgenutzt. Das heißt, man sieht ganz viel diesen Waldtrudering-Effekt, dass ich irgendwann mal, ich hatte mal ein großes Grundstück, da habe ich noch drei Reihenhäuser reingebaut und dann ist es halt kleiner geworden. Aber ich habe meinen eigenen Bestand genutzt. Investitionen in die Baubranche ist ein Thema, was ich versucht habe, dass es eben neue Technologien gibt, die interessant sind, die eben auch eine gewisse Dynamik haben und die das verändern, wie wir über Immobilien denken oder was wir mit ihnen machen können. Das ganze Thema ist sehr, sehr komplex. Es ist immer komplexer geworden. Es ist immer schwieriger, tatsächlich auch richtige Objekte zu finden. Der Trend ist aber schon eindeutig der, dass man sagt, okay, wir gehen jetzt von einem sehr, sehr hohen Niveau aus, aber wir werden auch nicht mehr auf das Jahr 2010 zurückfallen. Es wird sich vielleicht ein bisschen abflachen. Es wird sicherlich nicht immer die Steigerungsraten aus dem Jahr 2017, 2018, 2019 geben. Aber wir sehen jetzt nicht die Möglichkeit, dass die Preise sich massiv fallen, zumindest nicht in den großen deutschen Städten und in München sowieso als Supermagnet eigentlich gar nicht. Welche Möglichkeiten habe ich sonst noch zu investieren? Klar, Frankfurt, Stuttgart, das sind Themen, die für jemanden aus München durchaus interessant sein können. Ich finde Hamburg als Investitionsstandard persönlich sehr, sehr attraktiv. Die Städte außenrum ebenso, Hannover, Lüneburg, Flensburg etc. Grundsätzlich ist es so, ich bin jetzt hier den ganzen Tag da, ansonsten bin ich sowieso immer hier für Sie. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir, wir haben daraus unseren kleinen Stand, wenn ein paar Leute zusammenkommen und wir uns einfach mal darüber austauschen, wie sehen andere den Markt? Es muss überhaupt nicht so richtig sein, es muss nicht so kommen. Es ist das, was wir aus den Daten rauslesen und wie wir die Zukunft sehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.